Und damit herzlich Willkommen auf einmal wo ist die Gala hervorragend über Zeit für eines FNAF-Fangame. Heute spielen wir zusammen O RETORNO DE BONNE. VIVA LA SPANIA. Es ist... Es... Ich bin schon mal gespannt was es auf die Zukunft. Wie gesagt, ich glaube Spanisch, ich habe mir alles tolles, Spanisch, nach dem Sika, New Game. Ich bin schon mal auf der Oficina der Konzert von Animatronics. Ich liebe Spanisch Paella, Paella, eine Tapas. Schöne Grüße zu allen Menschen in Spanien, ich liebe Spanien, ich liebe Spanische Essen. Was ist das? Klappe zu. Maske. Toxik geht ziemlich schnell hoch. Oh, was ist das? Eine Lüftung. Ich hoffe mal, aber ich denke mal... In solch... Ist das... Funtime Bonny? Funtime Bonny? Was? Oh... Da jetzt meine Fresse ist, Leute... Da steht Toxik. Und die Toxik, die geht ziemlich schnell hoch. Oh! Was ist wieder hier? What? Coca-Cola! Gleichwerbung! Ich mag ja nicht so... Ich stehe ja mehr auf Zero. Alles ohne Zucker. Ich trinke ohne Zucker. Ich höre auch noch keine Geräusche, so Lüftungsgeräusche, die typischen, wo man alles hat. Wenn jemand in der... Oh! Aber er geht ja ziemlich schnell weg, das ist immer gut. Ähm... Was wollte ich jetzt sagen? Ich höre noch keine Lüftungsgeräusche. Ihr wisst ja, in den Spielen hört man ja immer so komische Geräusche, so... Dass jemand kommt. Da brauche ich mich noch nicht um die Lüftungs... Ich glaube, das ist nicht eine Lüftungsklappe. Nichts. 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 Was ich cool finde... Die Zeit geht schnell rum. Äh... Macht ein bisschen einfacher. Hallo. Und es verbraucht keine Energie, wenn man die... Das ist nicht eine Lüftungsklappe. Ja. Ich mache mal schnell meine Fresse weg, damit ihr seht, dass da oben Toxic steht. Moment. Fresse weg. Hahaha. Fresse da. Hahaha. 6M. Viva! Die also drei Leute. Lie extra die... Die Kastnderete. Die Kastanderers. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Wer ist die? Oh, wer ist die Puppet? We are the Puppet? The Puppet Man? Nein, ich will nicht zu Chica. No, I don't want to Chica. Oh, die ist doch Binge. Oh, der Torno. Demone. Continue. Nach 2. Continue. Second Night. Nice. Gefällt mir gut. Nicht vergessen. Schreibt mir in die Kommentare, wie es euch gefällt. Ich möchte das doch so gern wissen. Ich möchte mit euch kommunizieren. Mal hier die Lüftung ein. Ich lass mal die Lüftung ein. Das ist immer das Wichtigste, oder? Gut. Die Lüftung ein. Was ist die Ö? Junge Mayr Meine英 paste. Ich erzähle euch zu e+, ich lasse und meine meine chợ. Jetzt kommt ein Ranere. Alles Gitarre. Jungeổi guestley. Jetzt fängt dich aus. Merker một resmolence. Duw. Geil ben tighter. Ich desele diche. Jetzt zieh ich aber den anderen nicht mehr. Er ist noch nicht da. Wie lange muss ich die Klappe zulassen? Ahhhh! Was? Geh mal weg. Scheiße! Er ist alle da. Jetzt ist er da. Komm. Klappe zu. Klappe zu, aber tot. Noch ist er nicht da. Noch ist er nicht da. Jetzt ist er hier. Oh, ist das abgefahren. Komm. Klappe zu. Nicht einfach. Ich trau mich nicht in die Kamera zu schauen, ob er da ist, ob ich das falsch mache oder nicht. Weil der kommt so oft. Das ist nicht gut. Komm jetzt. Klappe zu. Noch ist keiner da. Ja. 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 Obwohl die Kameras brauche ich eigentlich gar nicht, oder wohl, oder doch, aber ich könnte mal Quiket Baby Kamera passiert nichts Ich bevorzuge ja das andere Getränk, ich liebe ja Pepsi, Pepsi Max oder Pepsi Sherry, oh, I love Das hast du nun davon alter Sack ne? Jo, ich probier's jetzt doch auch einmal Einmal, nur für euch, da draußen meine Freunde Ah Leute, zur Zeit hab ich ein bisschen Spaß, muss ich ehrlich sagen Obwohl, ich hab eigentlich immer Spaß, nur es ging mir in letzter Zeit ziemlich schlecht Und eigentlich immer noch, aber ich versuch's Beste draus zu machen Und mit ein bisschen Unterstützung von euch hilft mir das ein bisschen über die Runden Ihr wisst ja, alter Mann, schwierige Situation Rentner No Cash in the Dash Und leider heutzutage bist du ohne Geld nichts auf dieser Welt Kein Geld, nichts auf der Welt Hast du kein Geld, bist du nichts auf der Welt In der Welt Heutzutage Bist du nichts Scheiße Wer war das? Was war das für ein Typ, du? Habt ihr gesehen? What the hell? Was geht hier? Vorsicht Komm jetzt Arsch Was war das für eine Gestalt? Jetzt kommt der Puppet So ein Arsch Mann Kuck die Wand an hier Da kriegst du doch zu viel, oder? Heiland Mailand Finnland Irland Schweden Nomingen Portugal Griechenland Spanien Mann 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 Es wird ziemlich Schwierig Weil wenn man halt das Törchen zu hat Dann sieht man ja nicht, wenn der Pony kommt Macht man das Törchen auf Man sieht nicht Man kann ja nicht Äh Äh Ich werde aber jetzt heute mal zum Ende kommen Werde auf jeden Fall weiterspielen Weil es macht sehr viel Spaß Schreibt mir in die Kommentare, wie es euch gefallen hat Bedanken mich natürlich recht herzlich bei euch fürs Zusehen Das war Oro Äh O Retorno De Boni Wenn ihr ein Like für mich übrig hättet Wäre ich euch sehr verbunden Mein Dank Würde euch Im Schlaf Verfolgen Langsam alter Mann Nicht Haus spüren Würde mich auf jeden Fall freut, wenn ihr wieder einschalten würdet Auf meinem Rosting Kanal Bis dahin Bleibt anständig Genießt das Leben Enjoy your life Habt Spaß miteinander Verhaut euch nicht Und immer schön Frieden mit euch Und schöne Grüße nach Spanien In diesem Sinne ich sage Tschö mit euch Fingeregernos Euer Rostiger Rentner Danke und goodbye Enjoy your life I love you all All My friends Outside The world Peace to the world Grazas Goodbye 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 I love you l On Wait Oh Much I love you